Die Gemeinschaft der Heiligen bezeichnet im Christentum die spirituelle Gemeinschaft aller Getauften als Glieder der Kirche und Teil des mystischen Leib Christi. Vor dem äschatologischen Hintergrund des Glaubens an das ewige Leben umfasst diese Gemeinschaft nicht nur die Lebenden auf der Erde, sondern auch die Verstorbenen im Himmel. Die älteste bekannte Verwendung dieses Ausdrucks für den Glauben an eine mystische Verbindung der Lebenden und der Toten zu einer Gemeinschaft in Christus findet sich in Competentibus et Baptismum Instructionis Lebeli V.I. von Neistas von Remesiana aus dem 4. Jahrhundert. Bestätigt wurde dies im apostolischen Glaubensbekenntnis. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden. Im Bekenntnis von Nikea ist dieser Ausdruck noch nicht enthalten. Die Gemeinschaft der Heiligen nimmt innerhalb des Absatzes über den Heiligen Geist einen Platz mit direktem Bezug zum Bekenntnis zum Glauben der Kirche ein. Nicht zutreffend ist die häufige Annahme, dass sich die Gemeinschaft der Heiligen auf die heiliggesprochenen beschränkt. Römisch-katholische Kirche Nach Lehre der katholischen Kirche ist die Kirche eine Gemeinschaft der Heiligen. Dies in mehrfacher Bedeutung. Als Gemeinschaft an den heiligen Dingen. Als Gemeinschaft der Heiligen, das heißt der Gläubigen. Die ursprünglichere Bedeutung ist die Gemeinschaft an den heiligen Dingen. Darunter versteht man vor allem die Eucharistie, durch die die Einheit der Gläubigen, die einen Leib in Christus bilden, dargestellt und verwirklicht wird. In seiner zweiten Bedeutung bedeutet der Ausdruck Gemeinschaft der Heiligen die Gemeinschaft der durch Christus Geheiligten. Die irdische Liturgie der Kirche findet in Einheit mit der himmlischen Kirche, das heißt mit allen Engeln und Heiligen, statt. Der Ausdruck Gemeinschaft der Heiligen bezeichnet auch die Gemeinschaft der Heiligen in Christus, sodass das, was ein jeder in und für Christus tut oder leidet, allen zugute kommt. Diese menschliche und göttliche Solidarität wird in der Liturgie der katholischen Kirche am Fest aller Heiligen und am Gedächtnis aller Seelen gefeiert. Zitate